Man kann beim Shoppen so viele Sachen sehen. Süße Turnschuhe, essbare Seife, eine Bananentasche und sogar ein Geist in der Umkleidekabine. Schaut euch lustige Streiche in unserem neuen Video an. Findet ihr Einkaufen stressig und werdet ihr schnell müde, dann müsst ihr mit euren Freunden in ein Einkaufszentrum gehen, weil ihr sie da super ärgern könnt. Macht euch auf was gefasst. Blondie sucht sich ein Shirt aus, aber sie hört mysteriöse Geräusche aus der Umkleidekabine. Der Geist des Einkaufens beobachtet sie wohl, aber es ist nur Stevie und er wollte sie nur etwas ärgern. Stevie nimmt die Kleidung und versteckt sich in der Umkleidekabine. Blondie will ein paar Klamotten anprobieren, aber plötzlich klopft ihr jemand auf die Schulter. Hilfe, der Einkaufsgeist ist gekommen, um Blondie mitzunehmen. Sie rennt um ihr Leben. Das hat auch was Gutes. So spart sie Geld. Und Stevie feiert seinen Streich. Der ist mir gelungen. Blondie ist sauer auf Stevie. Und er entschuldigt sich bei Blondie. Er will, dass sie ihn berät, weil sie einen guten Geschmack hat. Stevie möchte nämlich ein neues Shirt. Das passt ihr gerade recht. Mach dich auf was gefasst. Doch Stevie wird schnell launisch. Ihm gefällt gar nichts. Und Blondie hat auch schon eine fiese Idee. Macht zuerst Schnitte in ein Shirt. Und benutzt die Rückseite. Schneidet am besten Löcher aus. Und reißt sie mit euren Händen auf. Blondie gibt Stevie alle Shirts. Und Stevie nimmt ein Glück das Präparierte und geht wie ein Laufstegmodel raus. Ja Stevie, schade, dass er es nicht mitbekommt. Ben hat einen Streich für Jessica vorbereitet. Aber er weiß noch nicht, dass Jessica auch was vorbereitet hat. Ein Streich erwartet ihn in einer Einkaufstüte. Jessica hat in der Zwischenzeit was von der Fleischtheke gekauft. Nimm zuerst eine alte Barbie-Puppe auseinander. Und leg die Stücke in einen Sipp-Block-Beutel. Schließ den Beutel mit einem Reißverschluss. Und lass deine schmale Öffnung. Leg dann einen Strohhalm hinein. Und saug Luft aus dem Beutel. Und fertig. Ben liebt es zu essen. Er futtert alles aus der Tasche. Ohne es anzusehen. Aber er bekommt einen Schock, als er die Körperteile sieht. Hey, bist du eine Memme oder was? Spitz zuerst einen biegsamen Bleistift an. Und schneidet es zurecht. Schneidet dann kleine Dreiecke aus einem Stück Plastik aus. Und klebt den Bleistift auf die Sonnenbrille. Befestigt dann die Dreiecke. Es soll so aussehen wie zerbrochene Gläser. Jessica rennt so fahrt zu Ben. Oh Gott. Ein Bleistift steckt in sein Auge. Und ragt durch die Brille hervor. Beruhig dich. Ich lebe noch. Es ist nur ein Streich. Dolly kennt ihren Freund wie ihre Westentasche. Sie will ihn etwas ärgern. Wie wär's mit essbarer Seife? Schmitzt zuerst weiße Glasur. Und gießt es in eine quadratische Seifenform. Kühlt es erstmal ab. Und entfernt die ausgehärtete Glasur. Kratzt jetzt dein Logo mit einem Holzspieß ein. Und gleicht noch die Form mit einem Messer aus. Deckt danach die essbare Seife mit Geschenkpapier ab. Und fügt auch Ben da hinzu. Dolly möchte, dass Stevie ihr was schenkt. Aber er sagt wie immer nein. Dolly ist so sauer, dass sie droht Seife zu essen, wenn ihr ihr nichts kauft. Aber Stevie weiß genau, dass sie sowieso nichts macht. Aber diesmal fängt Dolly tatsächlich an, Seife zu essen. Oh, sie gewinnt. Dolly kann sich aussuchen, was sie will. Und Stevie weiß jetzt endgültig, dass man vom Shoppen echt verrückt werden kann. Ben hat eine spezielle Tasche für Jessica angefertigt. Na los, schau rein. Jessica legt ihre Hand hinein und findet ekelhaften Schleim. Färbt zuerst weißen Kleber mit Acrylfarbe. Gießt dann die Mischung in eine Borax-Lösung. Und mischt Schleim. Legt den Schleim dann in einen Ziploc-Beutel. Und legt den Ziploc-Beutel in eine Papiertüte. Lass am besten den Beutel offen. Und befestigt die Seiten der Papiertüte mit Büroklammern. Dan hat was Schleimiges versteckt. Und Jessica ist echt so naiv. Sie glaubt auch alles. Da ist sie selber schuld. Tja, pass nächstes Mal besser auf. Wir haben beim Einkaufen Hunger bekommen. Jessica kauft ein sehr scharfes Sandwich. Oh, hier, nimm etwas Wasser. Aber Ben bekommt kein Wasser raus. Es klappt einfach nicht. Öffne zuerst eine Wasserflasche und wisch die Innenseite der Kappe ab. Trag etwas Heißkleber auf. Und schließt die Flasche. Ben ist so durstig. Aber diese schreckliche Flasche ist zu fest verschlossen. Er kann nichts dagegen tun. Wasser! Oh Mann, ist das lustig. Pass auf, Jessica. Das bekommst du zurück. Wollt ihr etwas Ungewöhnliches? Dann ist eine Gussitasche genau das Richtige für euch. Schreibt eine Luxusmarke mit einem Schreibfehler auf eine Banane. Zeichnet auch ein Muster darum. Und macht zwei Verschlüsse aus Draht. Steckt sie in die Enden der Banane. Und befestigt eine Kette als Griff. Diese Gussitasche ist auffällig. Ungewöhnlich und einzigartig. Die Tasche besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Da wird jeder gucken. Vielleicht bekommt ihr ja unterwegs Hunger. Doch ihr Freund ist da ganz anderer Meinung. Hey, wo hast du diese Bananentasche her? Es ist nicht stylisch. Das ist lächerlich. Jungs haben halt keine Ahnung. Mit Gussi seid ihr auf der richtigen Seite. Jessica will eine neue Handyhülle. Diese ist zu beruhigend. Und die ist zu weich. Ah, die ist toll. Aber Ban beobachtet sie. Und er wird mal wieder nachhelfen. Tragt etwas Heißkleber auf eine Silikonhülle auf. Damit ihr viele Steine erhaltet. Malt es damit schwarze Acrylfarbe an. Und definiert die Textur mit silberner Farbe. Fügt auch schwarze Akzente hinzu. Und bringt auch leuchtende Spinnen an. Die Spinnen leuchten lange im Dunkeln, nachdem ihr draufgeleuchtet habt. Sobald beide den Lahn verlassen haben, nutzt Ban die Gelegenheit, um Jessicas Handyhülle auszutauschen. Sie will ihre süße Handyhülle anbringen. Aber sie findet nur eine unheimliche Hülle. Mit ekelhaften Spinnen. Ist das etwa ein Gratisgeschenk aus dem Shop? Nein. Ban hat nur seine kleinen Haustiere draufgeklebt. Hey, die sind doch echt süß. Na schön. Jessica nimmt die neue Handyhülle. Jetzt findet sie es auch im Dunkeln. Stevie hat eine neue lustige Streichidee. Er weiß, dass Blondie gerne Schuhe kauft. Und er bereitet ihre süßen Turnschuhe vor. Entfernt die Schnürsenke aus den Turnschuhen. Zieht eine Fruchtgummischnecke auseinander. Und benutzt sie als Schnürsenkel. Macht noch eine Schleife. Stevie hilft Blondie natürlich. Und findet, dass sie diese Schuhe anprobieren soll. Und Blondie probiert sie sofort an. Aber mit den Schnürsenkeln stimmt was nicht. Sie sind so klebrig. Äh. Ist das ein Herstellungsfehler? Aber Stevie löst schnell das Problem. Er isst einfach die Schnürsenkel. Mh, lecker. Jessica sucht sich eine Menge Klamotten aus. Ist sie etwa kaufsichtig? Und Ben ist ihr Sklave. Armer Kerl. Er ist mit einem Haufen Klamotten bedeckt. Aber er hat echt keine Geduld mehr. Er muss sie etwas ärgern. Schneidet ein Stück von einem dünnen Schlauch ab. Und macht einen kleinen Schnitt in der Mitte. Wiegt jetzt ein Stück Draht. Und formt daraus einen Haken. Stickt den Haken in den Schnitt am Schlauch. Und formt ein Kleiderbügel. Beschichtet dann den Schlauch mit schwarzer Acrylfarbe. Und malt den Haken Gold an. Tragt noch goldene Akzente auf. Und beschichtet es mit klarem Nagellack. Jessica will die Jacke wieder auf den Kleiderbügel hängen. Ben gibt ihr den Kleiderbügel. Aber der geht kaputt. Und die neue Jacke fällt immer wieder auf den Boden. Bens Plan hat funktioniert. Aber jetzt muss er sich schnell vor Jessica verstecken. Wie fandet ihr unsere Streiche im Einkaufszentrum? Schreibt uns, welchen Streich ihr unbedingt ausprobieren wollt. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.